Entdeckt Wolfenbüttel in drei Tagen für 13,90 Euro mit der Echtlessekarte. In unserer Vorteilskarte für die Lessingstadt sind folgende Leistungen enthalten. Eine Stadtführung verschafft euch einen Überblick über Wolfenbüttel. Der Eintritt in drei Museen. Erfahrt im Schlossmuseum, wie sich das höfische Leben abspielte und besucht den letzten Lebens- und Arbeitsort des Dichters Gotthold Ephraim Lessing im Lessinghaus. Bis Oktober 2022 erhaltet ihr außerdem Eintritt in die Herzog August Bibliothek. Dort wird anlässlich ihres 450-jährigen Bestehens die Ausstellung Wir machen Bücher gezeigt. Der Besuch im Dokumentationszentrum der Gedenkstätte in der JVA Wolfenbüttel ist grundsätzlich kostenfrei. Mit der Echtlessekarte erhaltet ihr zusätzlich ein Besucherpaket. Weitere Sehenswürdigkeiten auf eigene Faust entdecken könnt ihr mit der Stadtrundgangsbroschüre. Ins Grüne geht es mit dem Disc Golf Set. Probiert den Sport im Seliger Park aus. Der liegt mitten in der Innenstadt. Als Erinnerung an eure Reise bekommt ihr im offiziellen Jägermeister-Fanshop 2 Euro Rabatt auf Jägermeister-Souvenirs. Der Fanshop ist direkt in der Touristinfo. Die Echtlessekarte eignet sich also perfekt für ein Wochenend-Ausflug oder Kurztrip. Das Team der Touristinfo berät euch gern.